RADAM 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 Ein schönes Land in dieser Zeit, als hier das unsere Leid und Leid, wie ihr Konflikten, so mein Empfinden, kein Handarbeit. Wie ihr Konflikten, so mein Empfinden, kein Handarbeit. Das kühlende Worten, kein uns nenn ich solche EU-Inioten, die Herstellung haben jetzt verboten. Ja, solcherlei Kunden sind, der haut mich vor Muttern. Die in Brüssel, die haben doch nur Birnenloch ab. Energie sparen, das ist ja ganz schön. Doch diese Birnen, die mit Hallogen, die schaltet man ein, dann leuchtet sie nicht. Die Schimmern nur fahrt und geben kaum Licht. Bis die mal Brennen in einem Bad, das verwinkelt, dann hast du es nachts längst schon daneben gekriegt. Und damit du einen E-Sport an die effizienten Massen, musst du die Lampe dann auch noch drei Stunden brennen lassen. Das ist doch alles Blödsinn, doch nicht mal bereit, wie man am besten teure Energie einspart. Geht wieder früher ins Bett, dreht die Heizung um aus, schaltet dann auch noch den Fernseher aus. Schnell lässt sich wieder hoch und gerne munkeln, dann findet der Stecker die Steckdose auch im Dunkeln. Bei Lüderinnen und Frauen zählt nicht voll, sondern matt. Ja, lieber eine Vierziger die Strahlen, als eine Zwanziger die Matt. Also, also kurz zu, wenn man sich im Dunkeln karrt und knallvolle Energie gestart. Ab dem Dunkeln, dass sie dabei ist, das ist ein bisschen zu tun.